Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße Sie gemeinsam mit einer erlesenen Zahl von Umwelt- und Wirtschafts- und Energieministerkollegen aus den Bundesländern. Olaf Lies zu meiner Rechten, Herr Pschirer aus Niedersachsen, dann anschließend Herr Pschirer aus Bayern, dann Herr Untersteller aus Baden-Württemberg und dann Herr Dammermann aus Nordrhein-Westfalen, stellvertretend für alle 16 Bundesländer. Es war heute ein guter Tag für die Energiewende und für den Ausbau der Stromnetze. Wir haben eine außerordentlich konstruktive und weiterführende Besprechung gehabt, an der alle Bundesländer teilgenommen haben. Wir haben uns auf ein substanzielles Maßnahmenpaket verständigt, das noch redaktionell überarbeitet wird. Sie werden aber zum Ende dieser Pressekonferenz einen Entwurf haben und die endgültige Druckfassung wird dann in einigen Tagen auf die Homepage des BMW eingestellt werden. In den inhaltlichen Maßnahmen sind wir uns einig. Wir sind uns erstens klar und einig, dass wir mehr Stromnetze brauchen und zügig. Es macht nur Sinn, wenn die erneuerbaren Energien, die wir überall in der Fläche erzeugen, auch tatsächlich sicher und zuverlässig dorthin geliefert werden können, wo sie gebraucht werden. Das bedeutet Strom aus dem Norden, aus dem Osten in die großen Verbrauchszentren. Das ist quer über alle Bundesländer hin anerkannt und noch einmal bekräftigt. Wir haben uns auf der Grundlage des Aktionsplans Stromnetz, den ich im Juli bei meiner Netzausbaureise vorgestellt habe, über zwei Stunden lang intensiv über die bestehenden Herausforderungen unterhalten und haben uns auf eine Doppelstrategie verständigt. Wir wollen zum einen Kapazitätsreserven in den bestehenden Netzen heben durch den Einsatz moderner Technologien und wir wollen zum anderen dafür Sorge tragen, dass die Stromnetze schneller ausgebaut werden. Wir haben festgestellt, dass es konkret handfeste Probleme vor Ort gibt an einigen Brennpunkten. Das betrifft alle Bundesländer, die vom Netzausbau in besonderer Weise betroffen sind. Das ist in dem einen Fall ein Konverter, in dem anderen Fall eine Stromleitung durch ein Moor oder die Frage, ob ein Kabel über oder unter der Erde verlegt werden soll. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass wir unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, unter Einbeziehung der konkret vor Ort Verantwortlichen diese Probleme lösen, weil nur dann die Planungs- und Genehmigungsverfahren zügig weitergehen können. Ich habe auch vor einigen Tagen einen Dialog begonnen mit Bürgerinitiativen und Landwirten. Die Landwirte habe ich persönlich getroffen. Die Bürgerinitiativen werde ich auch noch persönlich treffen. Ich hatte in Kloppenburg dazu ein erstes Gespräch. Das zweite Gespräch jetzt ist von Herrn Ried und Herrn Hohmann in meinem Namen geführt worden, weil wir möchten, dass wir eine breite Akzeptanz für den Netzausbau sicherstellen können. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass wir nicht nur die bestehenden Probleme in den Brennpunkten lösen, sondern dass wir uns auf ein sehr ambitioniertes Vorgehen geeinigt mit klaren zeitlichen Vorgaben, wann wir die einzelnen Netzvorhaben genehmigt haben wollen, wie wir auch eine Planung und Durchführung gewährleisten können, die sicherstellt, dass wir Hindernisse frühzeitig erkennen und dass wir dann vorankommen. Wir wollen bis 2021 alle Genehmigungen für das sogenannte Startnetz und auch die Genehmigungen für die Stromautobahnen von Nord nach Süd. Wir haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten. In vielen Fällen ist der Bund derjenige, der für die Genehmigungen zuständig ist. In anderen Fällen sind es die Länder. Wir waren uns einig, dass Netzausbau Chefsache ist für die Chefs in den Ländern genauso wie für den Chef im Bund, also den Fehler für den zuständigen Minister. Und ich werde mit den zuständigen Landesministerinnen und Landesministern halbjährlich mindestens einmal im Jahr mich treffen, um den weiteren Handlungsbedarf zu identifizieren. Wir haben mit dem vorausschauenden Controlling, mit der Festlegung auf klare Zeithorizonte für Genehmigungen die Möglichkeit, uns dann gemeinsam einzuschalten, wenn es irgendwo unvorhergesehene Probleme gibt, die wir pragmatisch lösen können. Wir haben uns auch im Grundsatz geeinigt auf die gesetzgeberischen Maßnahmen für ein Gesetz zum beschleunigten Netzausbau. Das sind Einigungen, die auch im Einklang mit den Betroffenen vor Ort möglich sind, weil sie in der Sache sinnvoll sind und weil sie Bürgerbeteiligung nicht ausschließen, sondern weiterhin möglich machen. Wir können dadurch auf überflüssige Verfahren verzichten oder sie vereinfachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist heute erst der Auftakt. Auch darüber waren wir uns einig. Wir werden die Dokumente, die wir gemeinsam zustande bringen, einschließlich des Aktionsplans, den wir spätestens Anfang nächsten Jahres im Kabinett beschließen wollen, bei jedem Treffen erneut mit der Frage beschäftigen, was muss zusätzlich getan werden, was muss geändert werden. Es ist ein lebendes Projekt, aber ein Projekt, das unbedingt gelingen muss. Ein Marathonlauf. Ich bin mir allerdings mit dem heutigen Tage, mit meinen Kolleginnen und Kollegen einig, dass wir eine Chance haben, diesen Marathon nicht nur erfolgreich zu bestehen, sondern auch in einer angemessenen und guten Zeit zurückzulegen. Das ist unser Anspruch und dem wollen wir gerecht werden.